Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer, herzlich willkommen zu meinen Schubs-Lerntipps für Schulkinder in schwierigen Zeiten, Teil 3. Heute möchte ich Ihnen eine Konzentrationsübung vorstellen, die ganz besonders effektiv ist. Sie kann, wie schon die beim letzten Mal vorgestellten Übungen in einer Minipause von maximal einer Minute durchgeführt werden. Sie hilft nicht nur bei den Hausaufgaben, sondern kann für ihr Kind auch bei Klassenarbeiten ganz besonders hilfreich sein. Sie löst nämlich sogar Denkblockaden. Wer kennt das denn nicht, dass man während eines Tests besonders nervös ist und dann tatsächlich nicht mehr erinnern kann, was man gestern noch wusste. Damit die Übung wirklich niemanden stört, legt man seine Hände unter der Bank auf den Oberschenkeln ab. Sie geht so. Falte deine Hände. Liegt der Daumen der rechten oder der linken Hand oben? Je nachdem bist du ein Rechtsdäumler oder ein Linksdäumler. Falte nun die Hände auf, aber halte die Handflächen dabei immer noch aneinander und die Finger steif. Verdrehe jetzt die beiden Handflächen so gegeneinander, dass nun der andere Daumen oben liegt. Falte die Hände nun erneut zusammen, also verkehrt, weil eben der andere Daumen oben ist. Das fühlt sich zunächst ungewohnt, falsch oder sogar fies an. Trotzdem knete die falsch gefalteten Hände dreimal. Falte nun die Hände wieder in Normalstellung und knete sie wieder dreimal. Falte die Hände insgesamt 20 Mal hin und her und knete sie nach jedem Umfalten dreimal. Bei dieser Übung passieren drei Dinge. Erstens, sehr schnell spürt man, dass Hände und Finger warm werden. Das ist wichtig, weil unter Stress die Durchblutung in den äußeren Körperteilen reduziert wird. Darum kriegen wir dann die sprichwörtlichen kalten Füße, kalten Schweiß auf der Stirn, eine kalte Nase und kalte Ohrläppchen. Das bisschen Fingergymnastik beim Händefalten regt die periphere Durchblutung schon wieder an. Eine ältere Lehrerkollegin sagte bei einer Lehrerfortbildung nach dieser Minutenübung ganz überrascht, ich habe ja warme Füße bekommen. Zweitens, muss man sich beim Hin- und Herfalten der Hände sehr konzentrieren, vor allem auf das falsche Falten. Dadurch wird der Kopf frei von belastenden Gedanken. Und drittens, wenn der rechte Daumen oben ist, steuert die linke Hemisphäre, also die linke Gehirnhälfte, die Bewegung. Wenn der linke Daumen oben ist, koordiniert die rechte Hemisphäre die Aktion. So müssen beide Gehirnhälften miteinander kooperieren, der Denkmotor kommt wieder auf Touren und die Blockade des Frontalhirns lässt nach. Auf diese Weise kann sich Ihr Kind nach einer Minute wieder an das erinnern, was es gestern noch wusste. Warum funktioniert das? Bei Stress wird die energetische Versorgung des Stirn- oder Frontalhirns abgeschaltet. Diese Reaktion haben wir Menschen in Urzeiten gelernt. Wenn damals eine Lebensgefahr aufkam, beispielsweise ein Raubtierangriff, dann kamen diejenigen unserer Vorfahren ums Leben, die überlegten, wie sie reagieren sollten. Wer aber seinen Verstand abschaltete und instinktiv auf einen Baum flüchtete, konnte überleben. Da wir nur von überlebenden Vorfahren abstammen können, reagieren wir in Stresssituationen eben genau wie Sie. Bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr kann das Leben retten. Bei Klassenarbeiten kann das zu schlechten Noten führen. Aber wer die vorgestellte Übung kennt, kann seine Natur austricksen. Allerdings klappt sie nur, wenn man gestern noch wirklich etwas davon im Kopf hatte. Sie finden diese Übung und viele weitere Informationen auch in meinem aktuellen, erst im März 2020 erschienenen Buch »Konzentration – Der Schlüssel zum Schulerfolg«, erschienen im Medu-Verlag Dreieich. Bis die Tage und bleiben Sie gesund! Ihr Detlef Trebert